Sie können das Spiel live verfolgen auf dem ZDF-Kanal, Freikanal, den Erstrunden-Match des Der Deutsche Pokal. FC Karl Zeiss, Jena, Bayer 04, Leverkusen, diesen Mittwoch 28. August 2024 um 18 Uhr. Das Endergebnis wird nach Ende des Spiels in der Videobeschreibung hinzugefügt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald!